so ich habe hier auf dem automaten golden blessings acht freispiele gewonnen da sehe das auch noch mal einsatz 176 1 cent dennoch was passiert okay das ist erst mal gelockt was brauchen war die 1 noch und dann bekommen wir das nächste geöffnet hier sehr schön drei weitere der pot ist weil eine entschuldigung hier so ich glaube das kann man am besten erkennen ok da kommen die schweine gerollt was heißt das bestimmt was gutes also die schweine müssen kommen und zwei noch verlängerung letztes leider schon letztes leider nicht 153 sehr schön nehmen wir mit ich bleibe noch ein bisschen drin sieben euro 20 könnte ich noch mal die schweine gerollt kombiniert war ja mega oder schweine ficker geworden wir wollen die schweine ups verdrückt oh ich muss ja irgendwie aufpassen mit dem drücken oh warte ich muss ja irgendwie geht der jetzt gerade so schnell warum auch mal die schweine wenn die rollen weg war das feature gerade aber da steht und fällt mit der verlängerung ich würde sagen ich melde mich falls da was passiert in diesem sinne bis gleich die schweine sind gerade wieder gekommen 54 ich bleibe noch mal ein bisschen live drin die sind einfach so gekommen die schweine dann würde ich sagen ich melde mich wieder falls was passiert bis dann so jetzt habe ich das schweinchen ausgelöst befreit sozusagen mit der letzten minze also es gibt sehr wahrscheinlich den mini ja das sind 1600 das wird alles 20.000 für den grand ich zeige euch das gerade mal was geboostet wurde der miner plus boost mini da ist er oh der miner wird der miner jackpot ja ist doch schön 50 nehmen wir mit so cash in war 100 ungefähr halt nochmal fest mehr als verdoppelt das geld falls euch das video gefallen hat dann würde ich mich freuen wenn ihr den kanal kostenlos abonniert lasst gerne ein like da und kommentar würde ich mich auch sehr darüber freuen und denkt dran drückt die glocke dann verpasst ihr kein video mehr von mir mehr bei 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 Vielen Dank.